Als Gerben wird die Verarbeitung von Rontierhäuten zu Leder bezeichnet. In einer Gerberei bzw. Lederfabrik wird durch den Einsatz von Gerbstoffen das Hautgefüge stabilisiert und damit Leder hergestellt. Das Gerben ist eine der ältesten kulturellen Errungenschaften der Menschheit. Zum Gerben und Veredeln von Pelzfällen siehe Pelzzurichtung und Pelzverredelung. Ein Großteil der verwendeten Chemikalien stellt bei unsachgemäßer Entsorgung eine Gefährdung der Umwelt dar. Eigenschaften von gegerbten Häuten Wesentliche Effekte einer Gerbung sind Irreversible Bindung der Gerbstoffe an die Haut, das heißt Das Leder kann ohne Zerstörung nicht mehr vollständig in rohe Haut zurückverwandelt werden. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu Konservierungen, die reversibel sind. Beständigkeit gegen natürliche Selbstzersetzung durch Mikroorganismen Lederartiges Auftrocknen Stark verminderte Quellung beim Einlegen in Wasser Hohe Beständigkeit beim Erhitzen im nassen Zustand Eine rohe Haut von Säugetieren beginnt beim Erhitzen in Wasser bei etwa 62 Grad Celsius zu verleimen, was durch eine deutliche Schrumpfung erkennbar ist. Abhängig von der Gerbung kann Leder Schrumpfungstemperaturen von über 100 Grad Celsius erreichen, man spricht dann von kochgarem Leder. Die Tierhaut Die Tierhaut besteht aus den drei Lagen Ober-, Leder- und Unterhaut. Obwohl die Haare mit ihren Wurzeln oft tief in der Lederhaut verankert sind, werden sie trotzdem von der Oberhaut gebildet. Die Oberhaut und ihre Bildungsprodukte besteht hauptsächlich aus dem schwefelhaltigen Protein Keratin. Sie ist aus Zellen aufgebaut und wird meist chemisch aufgelöst. Die Unterhaut, die aus lockerem, faserförmigem, durch Muskelgewebe, Blutgefäße und Fettzellen aufgelockertem Collagen besteht, wird mechanisch entfernt. Der restliche mittlere Teil setzt sich zusammen aus der dünnen Papillaricht und der dicken Reticula-Schicht. Diese Schichten bestehen zu einem Drittel aus dem faserförmigen Protein Collagen und zu ca. 60% aus Wasser. Die Papillaricht hat ein dichteres, aber weniger verschlungenes Fasergefüge und bildet am fertigen Leder die glatte Oberfläche, die als Narben bezeichnet wird. Die Reticula-Schicht wird von gröberen Collagenfasern gebildet, die stärker verschlungen sind. Sie ist für die mechanische Festigkeit der Haut und des Leders verantwortlich. Andere in der Lederhaut vorkommende Eiweiße wie Elastin, Blutbestandteile, zelluläre Proteine, Pigmente und Keratinreste aus der Oberhaut werden vor der eigentlichen Gerbung möglichst vollständig entfernt. Naturfette werden vor oder nach der Gerbung herausgelöst. Bei der Pilzzurichtung entfällt der chemische Prozess der Oberhaut- und Haarentfernung. Die Lederhaut hat über die gesamte Fläche oft erhebliche Strukturunterschiede. Der Bereich am Rücken und an der Kruppe ist bei den meisten Hautarten dichter und fester. Während die Bauchseite und Achseln meist eine sehr lockere, weniger wertvolle Struktur aufweisen. Die Gerbung soll das möglichst ausgleichen und beim Trocknen das Verkleben der Collagenfasern und das hornartige Auftrocknen verhindern. Neben der Isolierung werden die Fibrillen durch die Gerbstoffe über Querverbindungen vernetzt, um die Formstabilität bei mechanischer Belastung zu erhöhen. Arbeitsschritte in der Gerberei Grundsätzlich muss unterschieden werden, ob die Haut zu Leder ohne Haare oder zu Leder mit Haaren verarbeitet werden soll. Bei der handwerklichen oder industriellen Ledergerbung sind folgende Schritte üblich. Weiche Hautaufschluss im Escher Entfleischen Spalten Entkelkung Enzymatische Beize Entfettung Pickel durch Sauerstellen der Haut Gerbung Entwässern Dickenregulierung Nasszurichtung Ausrecken Trocknung Anfeuchten Weichmachen durch mechanische Bearbeitung Trocknen Trockenzurichtung Die Pilzgerbung verläuft ähnlich. Weiche Entfleischen Wäsche Entfettung Pickel Gerbung Fettung Eventuell Nachgerbung und Färbung Trocknung Anfeuchten Behandlung mit feuchten Sägespänen Weichmachen durch mechanische Bearbeitung Schleifen der Lederseite Trocknen Kämmen des Haarkleides Trockenläutern Bügeln des Haarkleides Ähnliche Arbeitsschritte gab es im Prinzip schon sehr lang. Im Vergleich mit historischen Gerbeein hat sich Folgendes geändert. Bis ins 19. Jahrhundert wurden die Nassprozesse in Gruben durchgeführt. Die Gefäße waren aus Holz. Die Heute wurden nur selten durchmischt, weil dies mühsame Handarbeit war. Dadurch waren die Prozesszeiten teilweise sehr lang. Die heute üblichen Arbeitsgefäße für die Nassprozesse sind das Gerbfass bei der Lederherstellung und die Haspel bei der Pelzzurichtung. In beiden Bereichen ist heute eine mehr oder weniger intensive Durchmischung und eine genaue Temperaturregelung möglich. Dadurch wurden die Prozesse wesentlich beschleunigt. Gefäße aus Edelstahl oder Kunststoff werden eingesetzt. Durch moderne Regel-, Steuer- und Dossiersysteme können einzelne Prozesse automatisch ablaufen. Die Vorbereitung nach dem Häuten werden die Rehäute zunächst getrimmt. Dadurch werden Teile entfernt, die zur Lederherstellung nicht geeignet sind. Danach muss die Haut schnellstmöglich konserviert werden, um den organischen Verfall aufzuhalten und qualitative Schäden zu vermeiden. Dies geschieht meistens durch Salzen. In Regionen, wo die Entfernungen und die Lieferketten es zulassen, werden die Häute auch durch Kühlung kurz Zeit konserviert und damit auf Salz verzichtet. In manchen Regionen, in denen Salz knapp ist und es das Klima zulässt, werden Häute und Fälle auch noch getrocknet. Nach dem Transport durchläuft die Haut die Wasserwerkstatt, in deren Verlauf die nicht ledergebenden Bestandteile entfernt werden. Beim ersten Arbeitsgang, der Weiche, wird die Haut in Wasser eingelegt, damit sie gereinigt und auf den ursprünglichen, natürlichen Wassergehalt gebracht wird. Anschließend wird sie zum Hautaufschluss einige Stunden bis Tage in den Escher eingelegt. Im traditionellen Verfahren verwendete man dafür meist nur Kalkmilch. Heute geschieht der Prozess meist im hochalkalischen Bereich mit Kalk und Sulfiden und oder Enzymen, wodurch die Entharung wesentlich beschleunigt wird. Je intensiver der Hautaufschluss, desto weicher wird das fertige Leder. Die geweichte und entharte Haut wird als Blöße bezeichnet. Beim Entfleischen wird die Unterhaut mechanisch entfernt, sodass schließlich nur noch die Lederhaut übrig bleibt. Früher wurde das manuell am Gerberbaum durchgeführt, siehe Bild. Heute geschieht dies maschinell. Beim Spalten wird die Lederhaut horizontal über die ganze Fläche einmal oder mehrmals durchgeschnitten. Man erhält den Nabenspalt mit der Papillaricht und der Reticula-Schicht und den Fleischspalt, der nur aus Reticula-Schicht besteht. Die beim Entfleischen anfallenden Abfälle und auch die minderwertigen Spaltstücke werden als Leimleder bezeichnet und werden zu Hautleim, Gelatine oder Hundekauartikeln verarbeitet. Durch die starke alkalische Behandlung des Eschers quält die Haut stark auf. Beim Entkälten werden die Escherchemikalien aus der Haut entfernt, der pH-Wert wird weitgehend neutralisiert. Und die Haut erhält ihren natürlichen Quellungszustand. Dadurch können die nachfolgenden Chemikalien und Gerbstoffe in die Haut eindringen. Wenn man ein weiches Leder herstellen möchte, wird die sogenannte Blüsse einer Beize mit Enzymen unterzogen. Rohware mit viel Naturfett erhält noch eine besondere Entfettung mit Tensiden. Das Gerben die bisher beschriebenen Arbeiten haben die Haut zwar chemisch und mechanisch verändert. Sie liegt aber noch immer als natives Eiweiß mit allen seinen nachteiligen Eigenschaften vor. Deshalb folgt jetzt das Gerben. Der Gerbungsprozess besteht grundsätzlich aus drei Phasen. Entquellen des Kollagens, Eindringen und Durchdringen des Gerbextrakts, Bindung und Fixierung an die Hautfaser. Erst durch die Wirkung der Gerbstoffe erfolgt über die Fixierung und Vernetzung der Proteine die Umwandlung in Leder. Diese erfolgt über ionische Bindungen im Falle der schwerlöslichen Mineralsalze oder über kovalente Bindungen bei allen anderen Verfahren. Daneben existieren zusätzlich auch Wasserstoffbrückenbindungen und Pfann der Walzkräfte zur weiteren Stabilisierung. Neben der Bindung werden Gerbstoffe im Überschuss zwischen den Kollagenfasern eingelagert. Die unterschiedlichen Gerbstoffarten erfordern unterschiedliche Verfahren, siehe unten Gerbverfahren und Gerbstoffe. Damit das Leder die gewünschten Eigenschaften erhält, werden oft verschiedene Gerbungen kombiniert. Exotische Gerbverfahren wie zum Beispiel die Rauchgerbung beruhen meist auf Wirkung mehrerer Gerbstoffe. Nach der Gerbung folgt das mechanische Entwässern. Mit Falzmaschinen wird das Leder dann auf eine gleichmäßige Stärke gebracht. Bei dieser dicken Regulierung werden ähnlich wie mit einem elektrischen Hobel Späne vom Leder abgetragen. Bei der Nasszurichtung werden die endgültigen Ledereigenschaften bestimmt, wie Weichheit, Farbe, Fülle, Struktur, Dehnbarkeit und Wasseraufnahme. Bei der Nachgerbung können grundsätzlich alle Gerbstoffgruppen verwendet werden. Besondere Bedeutung haben aber synthetische Gerbstoffe, Vegetabilgerbstoffe und Harz- und Polymergerbstoffe, da diese einen besonders günstigen Einfluss auf die Fülle und Struktur des Leders nehmen. Bei der Neutralisation wird die Eigenladung des Leders neutralisiert, um ein tieferes Defundieren der bei der Chromgerbung oft verwendeten anionischen Farbstoffe und Fettungsmittel zu ermöglichen. Die Färbung erfolgt mit Farbstoffen, die mit der Lederfaser eine chemische Bindung eingehen. Moderne Farbstoffe zeichnen sich neben den guten Verbeigenschaften und Echtheiten durch eine geringe Umweltbelastung aus. Die natürliche Lederfarbe hängt vom verwendeten Gerbstoff ab. Chromgerbungen geben eine helle, grau-grüne Eigenfarbe. Vegetabil Leder können gelb-braun, rot-braun sein. Aluminiumsalze und synthetische Gerbstoffe ergeben weiße bis hell-beige Leder. Gluteraldehyd- und Fettgerbstoffe färben die Leder gelblich. Nicht alle Lederarten müssen unbedingt über den ganzen Querschnitt gefärbt sein. Einige Lederarten werden bei der Trockenzurichtung nur oberflächlich gefärbt. Die Fettung bewirkt eine bessere Weichheit und Geschmeidigkeit. Die Fettungsmittel umhöhen die Lederfasern mit einem dünnen Fettfilm. Die Fasern verkleben dadurch bei der Trocknung nicht so stark und können sich leichter gegeneinander verschieben. Fettungsmittel binden sich zwar mehr oder weniger stark an die Lederfaser, bewirken aber keine Vernetzung wie Fettgerbstoffe. Durch den Einsatz von Hydrophobierungsmitteln können lederschmutzabweisend und wasserabweisend bis wasserdicht ausgerüstet werden. Bei der Vegetabilgerbung hat die Nasszurichtung auf die Ledereigenschaften weniger Einfluss. Die Ledereigenschaften von Vegetabil-Leder sind hauptsächlich von der Auswahl der Gerbstoffe und der Führung der Gerbung abhängig. Die wesentlichen Aufgaben sind Fixierung des Gerbstoffs, Bleiche oder Färbung und Fettung. Trocknung Mechanische Bearbeitung Vor der eigentlichen Trocknung werden die Leder beim Ausrecken gestreckt, geglättet und teilweise entwässert. Die eigentliche Trocknung erfolgt durch Aufhängen, Aufspannen auf Rahmen oder im Vakuum Trockner. Beim Vakuum Trocknen werden die Leder auf eine beheizte Stahlplatte aufgelegt. Dann wird ein luftdichter Deckel darüber gelegt und im Inneren ein Unterdruck erzeugt. Durch den Unterdruck verdunstet das Wasser schon bei niedrigeren, für das Leder schon in deren Temperaturen. Der Wasserdampf kann dann abgepumpt werden. Einige Lederarten werden hier vollständig getrocknet. Dann wieder befeuchtet auf einen Wassergehalt von ungefähr 20% und durch mechanisches Bearbeiten weich und geschmeidig gemacht. Bei manchen modernen Gerbprozessen werden die Leder nur bis zur Stollfeuchte getrocknet und gleich weiter bearbeitet. Nach dem Stollen oder Millen werden die Leder auf einen endgültigen Wassergehalt von etwa 12 bis 15% getrocknet. In der Trockenzurichtung wird die Lederoberfläche behandelt. Neben der endgültigen Farbgestaltung werden der Oberflächengriff die Struktur, der Glanz und die mechanischen und chemischen Beständigkeiten der Oberfläche wesentlich beeinflusst. Auch können oberflächliche Lederfehler durch die Trockenzurichtung ausgeglichen werden. Bei Rauledern wie Vlur, Nubuk oder Hunting wird die Oberfläche geschliffen, entstaubt und mit nicht schichtbildenden Chemikalien schmutz- und wasserabweisend ausgerüstet. Bei Glattledern wie Nappa, Box oder Blankleder können spezielle Lacke aufgetragen werden. Die Lacke enthalten neben unterschiedlichen Bindemitteln die üblichen Lackaditive, die den Glanz und den Oberflächengriff bestimmen. Zusätzlich eventuell auch Pigmente und oder Farbstoffe. Enthalten die Zurichtungen Pigmente, wirken sie deckend und zeichnen sich durch hohe Beständigkeit aus. Sind Farbstoffe oder keine farbgebenden Substanzen enthalten, ergeben sich transparente Zurichtfilme, die die natürlichen Strukturen des Leders gut erkennen lassen. Man spricht dann von einer Anilin-Zurichtung. Die meisten Zurichtprodukte sind beim Auftrag wasserverdünnbare ein- oder zwei-Komponentensysteme auf Polyurethan, Polyakrylat oder Polybutadienbasis. Daneben werden auch Polyamid-Casein, Cellulosista und Cellulose-A als Bindemittel eingesetzt. Nach der Trocknung und Aushärtung entstehen wasserunlösliche, mehr oder weniger stabile Beschichtungen. Nur wenige Lederarten wie Lackleder erfordern den Einsatz von nur mit Lösungsmitteln verdünnbaren Beschichtungsmitteln. Der Auftrag erfolgt durch Gießen, Hochdruckspritzen, Niederdruckspritzen, alles. Ermix oder durch Walzenauftragsmaschinen in mehreren Arbeitsschritten. Auch können zur Oberflächenverredlung mehr oder weniger dünne Folien auf das Leder aufgebügelt werden. Die einzelnen Schichten werden durch Bügeln, Prägen oder Polieren verdichtet. Eine heute nur mehr selten verwendete Methode ist das Glanzstoßen. Dabei wird ein Glas- oder Acherzylinder mit hohem Druck schnell über die Oberfläche gezogen. Dadurch erhält man sehr glänzende Oberflächen, die aber die natürliche Struktur des Leders gut erkennen lassen. Einen ähnlichen, aber nicht so stark glättenden Effekt ergibt das Polieren mit Stein- oder Tuchwalzen. Beim Bügeln wird die Oberflächenstruktur eingeebnet und beim Prägen wird dem Leder eine neue Oberflächenstruktur verliehen. Dabei werden Temperaturen bis 160 Grad Celsius und Drücke bis 200 Bar angewendet. Je dicker diese Beschichtung ist, umso gleichmäßiger, strapazierfähiger und zu pflegeleichter ist die Lederoberfläche. Mit zunehmender Zurichdicke verliert das Leder jedoch meist seinen natürlichen Charakter. Eine hochwertige Zurichtung verleiht dem Leder eine gleichmäßige, widerstandsfähige Oberfläche mit möglichst natürlichem Aussehen und Griff. Leder wird daher immer nur so viel zugerichtet, wie es nötig ist, um die Anforderungen zu erfüllen. Durch die hohen Ansprüche im Automobilbereich wird daher Autoleder meist stark zugerichtet, wohingegen teure Schuhe oder satte Leder wenig und vielleicht sogar gar nicht zugerichtet werden. Ab einer Trockenschichtstärke von 150 Mikrometer muss das Material als beschichtetes Ledermaterial bezeichnet werden und darf nicht mehr als Leder in den Verkehr gebracht werden. Gerbverfahren und Gerbstoffe Noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war die pflanzliche Gerberei die üblichste Art der Gerbung. Heute spielt sie nur noch eine geringe Rolle. Zur Gewinnung der Gerberlohe wurden zum Beispiel Quebracho, Kastanien oder Eichenholz, Pflanzenteile von Mimosen und Sumachgewächsen und andere Holz- bzw. Rindengerbstoffe eingesetzt. Aus dieser Nutzung waren einst die Lohwälder entstanden. Die pflanzlichen Gerbmittel werden in einer Lohmühle gemahlen und mit Wasser ausgelaugt. Der verwendete Sud wird auch Brühe oder Extrakt genannt. Die Natur der Vegetabilgerbstoffe erfordert eine behutsame Vorgärbung zur ersten Stabilisierung des Fasergefüges der Haut. Früher und im sehr geringen Umfang, auch noch heute, erfolgte diese Stabilisierung durch Angerben mit wenig konzentrierten, bereits ausgezehrten Gerblösungen in mehreren Schritten im Farbengang. Erst dann erfolgte die Ausgerbung mit gemahlener Lohe und konzentrierten Brühen in Gerbgruben. Dieser Gerbprozess kann bis zu zwölf Monate dauern und wird als Altgrubengerbung bezeichnet. Bei modernen Vegetabilgerbungen werden die Blößen mit synthetischen Gerbstoffen oder Aldehyden vorgegerbt und in rotierenden Gerbfässern mit konzentrierten Gerbbrühen ausgegerbt. Der Gerbprozess kann so auf einige Tage verkürzt werden. Gerbstoffe Heute ist die Gerbung mit Mineralsalzen, vor allem die Gerbung mit Chromii-Salzen, die wichtigste Gerbmethode. Aluminiumsalze, vorwiegend Alaune- sowie Zirkonsalze werden hauptsächlich bei der Weißgerbung für Pilzfälle verwendet. Als Vorbehandlung erfordern alle Mineralgerbstoffe einen Pickel. Der Pickel besteht aus Säuren- und Neutralsalz. Durch das Sauerstellen der Haut können die Mineralgerbstoffe die Haut vollständig durchdringen. Im Anschluss daran werden die Gerbstoffe durch die schrittweise Zugabe von Laugen im Leder fixiert. Die Durchführung erfolgt in rotierenden Gerbfässern. Die Gerbung ist in 10 bis 15 Stunden fertig. Zur Vervollständigung der Ledereigenschaften ist aber eine Neutralisation nach Gerbung, Färbung und Fettung erforderlich. Gerbstoffe Bei der Fettgerbung werden spezielle Öle mit gerbender Wirkung in die Häute eingewalkt. Sind die Häute mit Gerbstoff durchdrungen, erfolgt eine Oxidation der Öle und sie entfalten ihre Gerbwirkung. Nach dem Trocknen werden die überschüssigen Gerbstoffe ausgewaschen und die Leder erneut getrocknet. Eine besondere Nachgerbung ist nicht erforderlich. Gerbstoffe Aldehyd-Gerbstoffe werden meist in Kombination mit synthetischen Gerbstoffen oder als Vurgerbstoffe für die Vegetabilgerbung oder Fettgerbung eingesetzt. Der Arbeitsablauf ist ähnlich dem von Mineralgerbstoffen mit Pickel, Durchdringung, Basifizierung zur Fixierung. Gerbstoffe Auch synthetische Gerbstoffe werden selten als Alleingerbstoffe eingesetzt. Ihr Gerbverhalten ist ähnlich den Vegetabilgerbstoffen. Sie werden hauptsächlich zum Nachgerben für Chromleder und als Vurgerbstoffe bei der Vegetabilgerbung verwendet. Spezielle Gerbverfahren Glaze-Gerbung Kombination von Aluminiumsalzen mit Salzei und Mehl Schrumpfgerbung Gerbung mit speziellen Gerbstoffen, die ein Zusammenziehen der Häute bewirkt. Namensgebend ist dabei das Ergebnis nicht die Methode. Ungarische Weißgerbung Gerbung mit Aluminiumsalzen und spezielle Fettung Zwei-Bart-Chrom-Gerbung wurde in der Anfangszeit der Chrom-Gerbung verwendet. Chrom-V-I-Salze wurden in die Haut eingearbeitet und anschließend durch Reduktion in gerbfähige Chrom-I-I-Salze umgewandelt. Umbeit Die Gerberei ist aufgrund der Verwendung giftiger Substanzen seit jeher mit Risiken für Umwelt und Gesundheit verbunden. Die umweltschädlichen Gerbstoffe wurden ohne weitere Behandlung in die Fließgewässer abgelassen, teils versickerten sie im Erdreich. Heute entstehen vorwiegend bei den Chrom-Verfahren in Drittwelt- und Schwellenländern Probleme, da hier oftmals nur unzureichende Umweltschutzmaßnahmen existieren. Insbesondere im dicht besiedelten Indien treten immer wieder entsprechende Fälle auf. Die beiden Orte Ranipetai und Hazaribak standen deshalb auf der Top-10-Liste der am stärksten verseuchten Orte der Welt, die seit 2006 vom amerikanischen Blacksmith-Institute herausgegeben wird.